So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind wieder mal am Start hier und es ist saukalt. Draußen schneit es auch, wenn ihr da rausguckt. Überall ist Schnee, keine Ahnung. Adi ist eingesperrt. Da liegt ein Handy, da mache ich gerade nebenbei noch ein paar Rates für Psi-Jau. Also das Video ist bestimmt schon älter, wenn ihr kommt, wenn ihr das seht. Und hier habe ich mir heute mal ein paar Donuts besorgt. Guckt euch das doch mal an. Dann sieht das nicht heftig aus, denn Kanal Phänomenal hat ja so eine Challenge gemacht. Acht Donuts in fünf Minuten oder so. Er hat das probiert. Er hat so Donuts gehabt, die waren einfach hell mit so einem Zuckerguss obendrauf. Ich habe versucht dann Donuts zu finden. Ich hatte die von den Simpsons, diese Mini-Donuts. Das waren nicht acht, sondern neun. Und die waren auch mega trocken. Einfach nur seine waren gefüllt. Habe dann versucht, wie so ein Wettessen zu machen. Dann habe ich gesagt, komm, die Zeit ist mir egal. Ich will einfach nur die Packung essen. Zack, dass ich einen Grund habe, so viele Donuts zu essen. Habe dann aber gesagt, wenn man sich direkt welche hier von so einem Bäckerstand oder Bake-off holt, dann sind das ja ganz andere. Guckt doch mal, die sehen alle. Jeder für sich selbst sieht auf jeden Fall besonders aus. Ich glaube, das ist hier irgendwie so Karamell mit Karamellfüllung. Das müsste mit Eierlikör gefüllt sein. Das ist ein Oreo-Donut. Der hier ist einfach nur behindert. Hier ist, glaube ich, Vanillecreme drin. Der hier müsste mit Heidelbeer gefüllt sein. Bei dem habe ich gar keine Ahnung. Aber der hat ja so Smarty-Schokolinsen drauf. Da stand eine Mexiko-Donut. Also wäre ja cool, wenn der scharf ist. Ist aber nicht. Keine Ahnung. Sieht halt aus wie ein Kaktus. Die habe ich mir jetzt mal alle hier hingeschmissen. Euch stelle ich jetzt da mal hin. Meinen hässlichen Stuhl nehme ich noch. Und das soll jetzt kein Wettessen auf Zeit sein. Ich möchte einfach die alle mal durchprobieren. Einfach mal gucken, welcher schmeckt am besten. Welcher geht gar nicht. Deswegen packe ich euch hier hin. Vielleicht kann ich trotzdem... Vielleicht kann ich trotzdem Kanal phänomenal mit einblenden im Video nebenbei. Dass man sieht, wie er seine acht Stück gegessen hat. Ich werde versuchen, mir nicht ewig Zeit zu lassen. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich es eh nicht schaffe. Deswegen ist es eigentlich egal, was ich mache und wie ich es mache. Wir suchen uns mal den ersten raus. Und was ist denn hier? Bin ich schon wieder aus der Lobby geflogen. Eigentlich müsste ich auch hier mal die Kapuze runter machen. So. Ich glaube, wir fangen einfach an mit der hinteren Reihe. Das müsste also jetzt... Ähm... Das müsste jetzt Karamell sein. Karamellfüllung. Und trotzdem richtig trocken dazu. Aber hat was. Kann man sich auf jeden Fall geben. Das ist auch noch irgendeine Füllung drin. Süß mit dem Allerlikör. Richtig heftig. Ist auf jeden Fall nicht so süß. Lässt du ja auch besser essen. Und dann geht's weiter mit Vanille. Obwohl ich da gar nichts sehe. Irgendwie stand da drauf mit Vanillefüllung. Aber da ist einfach gar nichts drin. Er ist nicht so süß wie der Karamell. Aber halt noch trockener. Oh, ist das nicht sogar scheiße. Das gibt's wieder Pickel. Mh. Mh. Und dann haben wir sie mit Heidebeer. Vor allem gerade hier oben, da ist was drauf ist, dass es so hart und knubberig. Aber es schmeckt irgendwie auch richtig genial. Ist eher wie so eine Art Berliner mit Marmeladenfüllung. Okay. Den Zucker brauche ich nochmal. Also geschmacklich ist der ganz vorne dabei. Ich muss jetzt überlegen, mit was ich weitermache. Das ist auch noch irgendeine Füllung drin. Und wir nehmen mal den, der ist ja komplett umhüllt. Mit so einer weißen Glasur. Und dürfte aber auch nicht gefüllt sein. Schau mal einfach mal rein. Mh. Das ist hier richtig so Schokolade aus und rum wie weiße Schokolade. Die ihr durchbrechen müsst, durchkauen, durchbeißen. Aber auch einfach wieder trocken. Ohne Füllung, ohne alles. Da freut sich der Zahnarzt. Den Oreo müssen wir auf jeden Fall am Schluss machen, weil es der teuerste ist. Und der hat auch das aufwendigste Papier aus und rum. Mh. Ist das nicht sogar scheiße. Denn es gibt diese Dinge. So. Nehmen wir mal den. Und mit den Schokolinsen oben drauf. Also sozusagen wie Smarby's. Mit dem weiß ich überhaupt nicht, ob der gefüllt ist. Ist auch innen drin einfach nur wieder trocken. Und auch noch hart und knupperig. Mh. Boah. Das wünsche ich mir den Heidelbeer zurück. Okay. Den Zucker brauche ich nochmal. Alter. Und zwei Stück noch. Und zwei Stück noch. Und zwei Stück noch. Mexiko. Der sieht auf jeden Fall interessant aus, weil der eben so grün ist und sieht voll kräftig aus. Mit den roten Noppen. Und der müsste eigentlich jetzt auch wieder gefüllt sein. Ja, der ist auf jeden Fall gefüllt, ich weiß aber nicht nach was das schmeckt. Oha, jetzt wächst ja die Füllung. Erstmal ist es gelb, jetzt ist es rot. Schmeckt trotzdem irgendwie komisch und total künstlich. Also da hätte ich mir gewinnen, dass gar keine Füllung drin ist. Aber wir haben unseren Top-Donut noch zum Schluss übrig. Ist das nicht sogar scheiße, das gibt wieder Pickel. Man könnte sogar denken, das ist ein bisschen scharf, aber das ist bestimmt nur Einbildung. So. Einen haben wir noch übrig. Das sind die Papiere von den anderen. Das ist das Papier von dem. Jetzt sieht es schon wie hochwertig. Er ist auch einfach schwarz mit weißem Topping. Boah. Da hat er Kotepartikel drauf. Okay, den Zucker brauche ich noch mal. Aber ich glaube, der ist auch gefüllt. Ob der müsste mit irgendeiner Creme gefüllt sein oder so? Hier auf der Seite sehe ich irgendwas Schwieriges. Hier leider nicht. Wirkt auch leider gerade extrem staubig und trocken. Boah, ist das gut zucker. Keine Ahnung. Finde ich geschmacklich bisher eigentlich am schlechtesten. Ist so richtig muffig auf einmal. Das ist auch noch irgendeine Füllung drin. Ich sehe auch immer noch keine Füllung. Also wenn das weiße Füllung sein soll, hier ist irgendwie nichts. Und jetzt erinnert es mich irgendwie an Weihnachtsgebänk? Wenn jemand ganz viele Plätzchen macht, ganz viele verschiedene Sorten. Und jeder hat seine Lieblingsplätzchen. Die einen essen gerne die, die anderen essen die. Aber eine Sorte wird immer übrig gelassen. Und das ist die Sorte. Eine Sorte bleibt immer übrig. Jeder hat seine Lieblinge. Aber eine Sorte bleibt übrig. Aber eine Sorte wird trotzdem, obwohl sie immer übrig bleibt, jedes Jahr wieder neu gemacht. Ich verstehe es nicht. Und das erinnert mich daran. Aber jetzt guck. Da kommt was weißes. So wie hier, also in diesem kleinen Stück, ist Füllung versteckt. Oh man. Ist das nicht sogar scheiße, es gibt wieder Pickel. So. Und der letzte Biss. Jetzt war es halt ganz staubig und trocken. Jetzt hat man auch gemerkt, dass da was drin ist oder drin sein sollte. Und das haue ich jetzt hier alles weg. Wie ist das bei euch? Esst ihr keine Donuts? Schreibt es mal in die Kommentare. Boah. Was? Meine letzte Donut. Die letzte Donuts-Sorte, die ihr gegessen habt. Und was ist euer Lieblings-Donut? Was muss da drauf sein? Ich kann immer noch nicht verstehen, wie der das immer so schnell isst. Aber vielleicht habe ich erst, erst waren sie zu klein. Und jetzt waren sie wahrscheinlich wieder zu groß und zu aufwendig. Er hat immer genau das perfekte Maß. Ich habe keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall mir so schlecht. Aber ich lege mich jetzt erstmal hin. Wenn ich nie wieder aufstehe, dann wisst ihr was los ist. Der Oreo war schuld. Das war das i-Tüpfelchen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und alles hängt überall in der Gusche. Alles ist trocken und keksig. Und wie Keks einfach. Der letzte war ein Keks. Aha.